Lieber Pater Karl, was sagst du zur Hierarchie in der Kirche? Naja, das Wort Hierarchie kommt von heiliger Ordnung und wenn die Ordnung heilig ist, dann ist sie in Ordnung. Aber natürlich, also wir leben ja grundsätzlich in Hierarchien. Schau, wenn du hast Eltern, das Kind ist was anderes als der Vater, die kennen sich besser aus und so weiter. Schule, es gibt Leute, die einem ein bisschen voraus sind, die man braucht und so weiter. Und in der Kirche ist diese heilige Ordnung eigentlich, der, der ordnet, ist Christus selber. Die Ordnung in der Kirche ist eine durch ein Sakrament, durch die Priester- oder Bischofsfeier gestiftete Ordnung. Ich komme aus einem Kloster, ich habe es immer als herausfordernd erlebt, die Hierarchie. Ich habe aber auch immer erlebt, wie therapeutisch es für mich selber ist, wenn ich mich versuche einzufügen. Und dass das meistens dann wirklich auch der Wille Christi war. Also da steckt ein Wahrheitskern drinnen, dass Hierarchie eigentlich was Gutes ist. Das ist wirklich positiv.